Hannover 96 spielt morgen gegen den Hamburger Sportverein. Meine Ausstellung, mein Tipp und vieles mehr nach dem Intro. Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal N96. Heute soll es in dem Video mal um Hannover 96 gehen, nachdem wir uns gestern bzw. vorgestern den HSV genauer angeschaut haben. Heute soll es um die Aufstellung gehen, wie schon gesagt, um meinen Tipp für das Spiel und um allgemein meine Gedanken für das Spiel gegen den HSV. Ja, 96 spielt morgen um 13.30 Uhr in der Hardie Arena gegen den Hamburger Sportverein. Der Hamburger Sportverein steht im Moment auf Tabellenplatz 3, nicht auf Tabellenplatz 2, da Fürth gewonnen hat, sowie Bochum. Jetzt kommen wir erstmal zu den Personalien bei 96. Die Ausfälle sind vier Personen im Hauptsächlichen. Timo Hübers ist verletzt, Fahre Spassas ist nicht mehr dabei, der Innenverteidiger. Der Fliegespieler Frankie Wiener ist verletzt und Kingsley Schindler ist auch nicht fit. Dann gibt es noch ein paar mögliche Gap-Sperren nach dem Spiel. Durchschalt vier gelbe Karten, Nickas Holtel vier gelbe Karten. Das bedeutet also, dass es nicht gut wäre, wenn sie ausfallen würden gegen Würzburg. Das ist nämlich das nächste Spiel, also das übernächste Spiel. Nächste Woche Donnerstag. Ja, Sonntag ist das Nordderby. Der Druck liegt meiner Meinung nach klar beim HSV. Den vierten Bochum haben, wie gesagt, gewonnen. Und der HSV möchte ja aufsteigen, im dritten Anlauf aufsteigen. Und Favorit ist eindeutig der HSV. Alleine schon wegen dem Problemplatz und allgemein auch in der Spielweise. Meiner Meinung nach, der HSV hat einfach den besseren Kader und auch noch mit mehr Ambitionen versehen. 96 hat sie meines Erachtens keine Ambitionen mehr, weil sie einfach im Mittelmaß verschwunden sind. Am 15-Punkte-Abstand auf dem zweiten Platz. Das brauchen wir nicht mehr sagen. Und ja, jetzt kommen wir mal zu meiner Ausstellung. Ich würde wie folgt ausstellen. Im Tor, in einem 4-2-3-1-System. Das ist ein relativ klassisches System, sehr ausgeglichen. Und Michael Esser ist im Tor. Das ist klar. Niklas Holt ist eigentlich auch klar. Simon Verlet würde ich in der Innenverteidigung stehen lassen. Bastas ist nicht dabei. Büber ist verletzt. Er muss eigentlich Verletz schon was spielen. Und Joseph Ellis würde ich da jetzt unbedingt aufstellen lassen. Aufstellen. Badan Masse Franke ist für mich auch gesetzt. Sehr stabil dieses Jahr. Sehr gute Leistung. Zemo Roja ist auch klar. Da haben wir keine Alternativen. Er hat auf der Doppelsex Björl und Kaiser. Ist eigentlich auch klar erkennbar. Dann auf der 10-Hare Gucci ist auch gesetzt. Nach seiner vermeintlichen Erkrankung. Im Storben haben wir ein Bucs. Das ist eigentlich auch was klar. Bei Sulemani und Weidand. Weiß ich nicht. Da habe ich mich jetzt überhaupt nicht überzeugt. Weidand. Sowieso ein Formteam. Und Sulemani auch nicht wirklich gut. Rechts würde ich eigentlich mal Patrick Tumessi die Chance geben. Tumessi ist immer noch nicht richtig angekommen. Und Hannover ist sicher daran, dass der einfach nicht spielt. Der spielt nicht. Wenn er nicht verletzt ist, spielt er nicht. Bei 20 Minuten spielen, lasse ich nicht durchgehen. Da muss man einfach anspielen. Dann ist er auch gut, meines Erachtens. Links außen würde ich Florian Musstia spielen lassen. Musstia ein bisschen im Auftrieb wieder. Spielt der Bauch zu wenig. Muss auch spielen. King-Singer wäre eigentlich eine Alternative. Aber auch im Formteam und verletzt, wie gesagt. Philipp Ox. Ich kann mir gut vorstellen, dass Kena Kaczak Ox auch stehen lässt. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, war Philipp Ox. Meiner Meinung nach, er hat zwar das Tor gemacht gegen Abo. Aber das ist auch schon vier Wochen wieder her. Den kann man nicht wirklich sagen, wer jetzt spielt in der Offensive. Das ist so ein bisschen raten. Aber so würde ich zumindest das Ausstellen. Ja, was gibt es noch zur Ausstellung zu sagen? Ich würde erst mal die Spielausrichtung so sagen, dass man erst mal defensiv gut stehen sollte gegen den HSV. Der HSV wird wahrscheinlich mehr den Ball haben. Ich gehe davon aus. Deswegen muss man hinten kompakt stehen. Ich befürchte sogar, dass Kocca vielleicht eine Fünferkette aufgehen lässt mit Joseph Ellis dann nach einer Verteidigung. Hoffe ich mal nicht, weil Fünferkette halte ich ehrlich gesagt nicht viel von. Und dann in der zweiten Anzahl mit Meiner. Das soll ja wieder im Kader stehen, was ich gut finde. Vielleicht über das schnelle Außen, Messi, Meiner und so kontern. Und dann vielleicht noch mit Weidern eingewechselt werden, dass man da vielleicht auch irgendwie einen Punch oder so erzielen kann. Oder ein, zwei Toren mehr. Ich glaube, dass der HSV, jetzt kommen wir zu meinem Tipp, ich glaube, dass der HSV 2-1 verlieren wird gegen 96. Ich glaube, dass die 1-0 führen werden. Und in der zweiten Halbzeit werden dann zwei Konter gesetzt über Ninton Meiner. Und über Ninton Meiner wird eingewechselt und macht das zweite Tor. Und Marvin Duchsch macht endlich wieder ein Tor. Ja, das ist mein Optimismus-Tipp. Ich denke, sowieso immer positiv, weil es hat einfach keinen Sinn, schlecht zu reden über 96, bevor das Spiel auch begonnen hat. Ich weiß jetzt schon, ich werde mich morgen wieder aufregen bei vielen Situationen. Ich werde ja bestimmt morgen ein Analyse-Video hören. Jetzt kommen wir zur Endcard, beziehungsweise zum Abschluss. Ja, Sonntag kommt das Spiel, die Spielanalyse gegen den HSV, also eine Kurzanalyse, meine Meinung dazu, allgemein, was ich so über das Spiel denke. Dann später in November 96, wir, ich habe jetzt nächste Woche Donnerstag schon wieder als Nachholspiel gegen die Kickers aus Würzburg. Dazu kommt nächstes auch die Gegenanalyse. Werde ich gleich schon aufnehmen. Und Mittwoch, meine Meinung, und die Aufstellung zu Würzburg. Also vorher Donnerstag, dann spätabends, dann die Analyse des Würzburg-Spiels. Und dann schon wieder die Analyse, also Vorschau auf Heidnamen und so weiter. Ja, also die Gegneranalysen werden jetzt mehr, werden jetzt durchgezogen. Zwei Tage vor jedem Spiel, oder drei Tage, kommt auch an, wie es passt, wird dann eine Gegneranalyse stattfinden, wo ich, wie gegen HSV, den Gegner ein bisschen beleuchte. Ja, also mein Tipp 2.1, das war's mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, wenn euch gefällt und noch einen schönen Tag und ciao.